Ja Ups, sorry Bad driver Hey, wer essen Burger? McDonalds Oh, scheiße Oh, fuck, alter Was hat der vor? Ist nicht sein Ernst, oder? Ein Bugatti, geil Ha, lol Die Taxi springen über die Rampe Ey, der Typ ist verrückt Ey, wie ist denn bitte sein Dad? Komm Ist nicht sein Ernst, oder? Ist nicht sein Ernst Ich steh mal noch kurz in den Bugatti Ich guck mal, wie er heißt Felster, glaub ich Ach, ich fliege Jetzt ist es auch so geworden Ah, okay Du fliegst, Mann, ja Ist mir schon klar, wenn du schon neben mir sitzt als Beifahrer Fliege in die Nähe der GPT, okay Ich bin zu weit oben Okay, ich bin zu weit oben Papriutta Sag mir abends mal smoked Ich bin zu weit und klein genug적 Gut Built Gut Ja li rumorlich Ich liebe Josef, Alter, das wär komisch Na, vielleicht bist du richtig Ich hab meine Projekte so okay was muss ich das machen jetzt schon mal schön aus schießt auf den halterbanden okay jawohl okay nicht auf die reifen schießen oder ist eigentlich egal ich werde es so oder so irgendwie krass alter ist das schwer das ist schon krass schwer jungs mädchen mädels jungs leute das ist schwer hängt nur an einem seil ey komm ey komm komm schießt jawohl jawohl boah war das schwer alter wo ist das ding ich weiß gar nicht wo das war also komische sache ja statt mir war die mission nochmal aber nein ein bisschen komisch weil ja okay zu blöd nicht alles von vorne schnapp ihn dir mache ich doch gar nichts aber hier war ich nicht wo acht da auf dem autobahn ok mache ich es einfach mal so habe doch bestimmt nicht dagegen oder ja macht er erstmal eine rolle schnapp 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 ja ha ha gut da schnapp ha 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 gut ha ha schnapp mal gestriptet an ja ich treffe ihn nicht ja 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 krass der panzer gefällt mir also ich habe panzer auch irgendwie vermisst bei gta 4 was ja ich bekomme einen auf die fresse dankeschön jungs lcpd seid die besten schnell mission neu starten es gibt es doch nicht ich komme nicht mal dazu die mission neu zu starten was ich machen ja jetzt ja jetzt hat er erstes geschickt ja ja kennen wir alle schon fliegt er los 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 schnapp ihn jemanden ja machen wir spring luis und so weiß ich es jetzt machen wir perfekt machen wir so eine wunderschöne drehung damit wir wirklich genau darauf landen und jetzt müssen wir theoretisch nur noch dahin laufen aber nicht gedippt fallschirm weg war klar keine autos oh shit holy krass alter was der panzer alles kann nice hätte ich nicht erwartet dass es so extrem ist irgendwie beschleunigt der panzer auch irgendwie so extrem schnell keine ahnung ob es zum panzer gehört oder wegen weil es wegen dem mord ist ich weiß es nicht also auf jeden fall ist der panzer krass und er qualmt schon bämm jetzt zack tausend überroller ok der panzer kack gleich ab was passiert wenn ich die cops einfach los werde nichts passiert die kommen wieder so Tuck 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 tschüss oh noch mal ein polizist oh sind die süß kom, welkom wie der Auto schon aussieht alter What the fuck ist der schnell Ich bin gegen einen Polizeiauto rammen Ja, da vorne ist einer Nein Spast Da vorne ist auch einer Zack Noch hinterher schießen Perfekt, Alter Ey, set mir Ehrlich, Alter, der war übertrieben gut Zack, zack, zack Was? Der wurde noch nicht gestört, der lebt doch noch Guck doch, Yusuf Hier, der lebt Der lebt Oh Oh, oh Ah Ah, statt mir noch mal Ich schaff das durch eine Band nach der Mission zu bekommen, einfach nur die Cops abzunehmen und ich schaff das irgendwie nicht, ich weiß auch nicht warum Der Panzer bei GTA White City und Wo ist der Panzer? Wo ist der Panzer? Also der Panzer bei GTA White City und bei GTA San Andreas gab's ja, fliege es auf die Fresse Bei San Andreas gab's ja auch ein Panzer und der war irgendwie stabiler, ich weiß nicht Irgendwie noch ein paar Schüssen und war trotzdem noch standhaft Na okay, soll ich hier bis jetzt hier runterkommen Na das ist ja super Also Zack, 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 zack Ja 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 Er kann mich doch überfahren Und da sind die Cops schon Zack, 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 tschüss Es gibt kein M-Com, meine Freunde Boah, in die Fresse Tschüss Haha, BMW, Mercedes, alle weg Explodiert das Auto oben Gamba, oder? Loll, hast du Scheibe rausgeflogen? Loll, hast du Scheibe rausgeflogen? Jetzt Zack 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 Oh, krass Krass Läck, 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 läck Ah, jetzt geht sie da Boah 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 Ne, schlechte Idee Ja, ich glaube, es wird langsam mal Zeit, die Polizisten zu entkommen μπο vielen Geht Ah Ja Oh Ben Und Aber Beide Vielen Dank.